Also Toni, dann mal Butter bei die Fische. Ailton Goncalves da Silva oder Toni? Ailton Goncalves da Silva. Kleines, dickes Ailton oder Kugelblitz? Kugelblitz. Trainer oder Spielerberater? Spielerberater. Merico oder Brasil? Brasil. Dallas oder Paraíba? Paraíba. Bremen oder Paraíba? Paraíba. MSV Duisburg oder SCR Alltag? MSV Duisburg. Hasja Bingen oder Roter Stern Belgrad? Roter Stern Belgrad. Schalke 04 oder Besiktas Istanbul? Schalke 04. Hamburger SV oder Schongking Liefan? HSV. MSV Duisburg oder Roter Stern Belgrad? Roter Stern Belgrad. Schalke 04 oder Hamburger SV? Schalke 04. Roter Stern Belgrad oder Schalke 04? Schalke 04. Schalke 04 oder Werder Bremen? Werder Bremen. China oder Katar? Katar. Pferder Ranch oder Beauty Salon? Uh, normal. Pferder Ranch oder Beauty Salon? Pferder Ranch. Die Este. Schurrasco oder Burrito? Schurrasco. Burger oder Pizza? Pizza. Bratwurst oder Fischbrötchen? Bravo. Dschungelcamp oder Noranei? Entschuldigung. Das ist schwerer Frage. Oh mein Gott. Noranei hat viel trainiert. Das ist auch scheiße. Dschungelcamp hat kein Essen. Das ist auch scheiße, man. Entschuldigung. Dschungelcamp oder Norderney? Norderney. Okay, bleiben wir beim Dschungelcamp. Kakerlakenessen im Dschungelcamp oder Trainingslager mit Felix Magath? Kakerlakenessen. Okay. Der Weg nach Norderney. Im Taxi alleine oder mit der Mannschaft im Bus? Mit dem Taxi alleine. Ich habe sehr gut geschlafen. Deutscher Pokalsieger oder türkischer Pokalsieger? Deutscher Pokalsieger. Serbischer Meister oder Deutscher Meister? Deutscher Meister. Olympiastadion Berlin oder München? Olympiastadion Berlin. Deutscher Pokalsieger oder Deutscher Meister? Deutscher Meister. Torschützenkönig oder Spieler der Saison in der Bundesliga? Schwer, schwer. Torschützenkönig. Die Feier zur Deutschen Meisterschaft. Nackt im Pool oder alleine nackt mit der Schale auf dem Sofa? Alleine zu Hause mit der Schale. Welches ist dein Lieblingsspruch? Musse gewinnen oder Wechsel immer Fehler? Musse gewinnen. Kommen wir zu deinen Mitspielern. Pizarro oder Klasnic? Beide. Pizarro oder Klasnic? Ich habe mit Klasnic eine super Saison. Klasnic. Ivan Klasnic. Ivan Klasnic oder Nelson Valdez? Miku. Maracaná oder Weserstadion? Weserstadion. Jetzt wird es einfach. Felix Magath oder Ralf Rangnick? Keine. Schwer, schwer. Ja, nochmal. Felix Magath oder Ralf Rangnick? Ralf Rangnick. Jupp Heynckes oder Thomas Doll? Jupp Heynckes. Jupp Heynckes oder Thomas Schaaf? Thomas Schaaf. WerderTV oder RTL? WerderTV. Zimmer Duell oder Butter bei die Fische? Oh. Nochmal. Zimmer Duell oder Butter bei die Fische? Butter bei die Fische.